Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu Legend of Grimlock, Labyrinth of Lies. Jo, wir sind eben in der vierten Ebene, der wieder mal angekommen, also im Great Staircase oder Great Stairway oder wie es nochmal genau heißt. Äh, nein. Nein, die lasse ich da bestimmt noch nicht raus. Nicht kann ich auch so da rein oder rauslassen, gut zu wissen. Hehehe. Äh, erstmal will ich bitte hoch. Hier ist nämlich, wo bin ich? Hier? Hier hinten ein blauer Kristall, genau. Mal Dazias, heiliger blauer Kristall. So, und jetzt kann ich mich von mir aus mit dem da battlen. Leider geht das nur mit Magie. No ammo. Ja. Das hat jetzt gesessen, mal zur Abwechslung. Ja, ich weiß, du hast sehr hohe Lebenspunkte. Du bist auch ansonsten recht Gasstich. Ich würde es trotzdem begrüßen, wenn du langsam mal den Löffel abgeben würdest. Das war knapp. Komm, ich habe jetzt fast meine gesamte Mana verballert. Also. Oh. Wow, was bringt mir das jetzt? Dieser Hebel. Achso, der macht hier auf und zu. Auch cool. Ja, gut. Aber ansonsten macht das hier eigentlich nicht wirklich was. Hier habe ich nämlich schon offen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich hier reinkomme. Höchstens hier könnte ich jetzt irgendwo rein. Hm, lässt sich ja leichter rausfinden. Weil den Bereich da möchte ich jetzt erstmal meiden. Auch wenn es so aussieht, als ob da Druckplatten sind, um nach unten zu kommen. Gucken wir doch erstmal unten genauer nach. Ob es hier jetzt einen Weg rein gibt. Nö, hier ist halt was im Weg. Gut. Und hier war nur ein Secret. Oh, wenn ich ankam. Okay. Hier geht es runter. Hier kommen wir wieder in die Ebene, die ich gerne möchte eigentlich. Ja, aber jetzt erstmal der Stone. Der macht eigentlich... Gibt einem eigentlich Aura oder zwei Punkte, soweit ich weiß. Wer könnte die zwei Punkte gut gebrauchen? Hm. Sie vielleicht für Ice Magic. Ja, komm, geben wir ihr die zwei Punkte. Packen das in Ice Magic. Stuff Defense also beim nächsten Level ab. Das dauert hier doch eine Weile. Mal sehen. Gut, jetzt möchte ich weiter nach unten. Die Geister auf der Ebene habe ich ja bereits besiegt gehabt. Da muss ich mir also keine so großen Sorgen machen. Nur die sich drehende Treppe ist verwirrend. Ja, und wie ich hier reinkomme. Weil hier sind halt alles nur Gräber, aber keine Tasten. Mit denen ich da etwas öffnen kann. Hier ist auch nichts versteckt. Jedenfalls sehe ich hier keinen Knopf, der hier versteckt sein könnte. Hier auch nicht. Hier vielleicht. Aber auch nichts. Ups. Wisp-Shift wird zwar hier raus. Wisp-Shift wird zwar hier raus. Da wäre ein Schlüssel, aber hä hä hä. Wie soll ich bitte an den Schlüssel rankommen? Kann von hier nirgends da hin runterfallen. Und ich möchte mich da drin auch eigentlich nicht wirklich nochmal umgucken. Mit dem Viehzeug da drin. Ich frage mich jetzt eher gerade. Ach, hier ist geschlossen. Weil ich mich ja durchportet habe. Okay. Okay. Das Feuer zu löschen, bringt mir auch nicht wirklich was. Dann gehen wir aber weit weg von den Viechern. So, wo bin ich? Ah, ich bin wieder hier rausgekommen. Okay. Das heißt, ich bin wieder unten in den Engine Rooms. Ja. Ah, aber ich könnte hier mal gucken, ob ich jetzt in die Turms rein kann. Weil ich habe doch jetzt die Statue. Bringen wir nur leider noch nichts, hä hä. Ja, nur die Faune may pass. Hm. Das bringt auch nichts gut. Okay, da wissen wir schon mal, dass es nicht die Statue ist. Ja, auf der einen Seite müsste ich jetzt dahin zurück. Was war da eigentlich noch mal? Und ja, ich weiß, ich gehe gerade wieder durch einen ehemaligen Kampfraum, wo ich mich früher schwer getan habe. So, jetzt bin ich aber allerdings wieder hier. Da ist das Rätsel mit den ganzen vielen Viehzeugen. Und da möchte ich bitte hin. Ja, da kann ich einfach da runter. Ja. Sicherheitshalber den Autosave hier mitnehmen. Und da muss ich gucken, wie ich hier durch muss. Jo. So, kommen wir einfach hier nach oben. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017